Da wir hier nochmal auf den Voice-Chat mit Jäger aus der Beta zu sprechen kommen, ich habe mir die letzten Tage mal wieder ein paar Beta-Folgen angeschaut. Das Spiel hat sich schon ganz schön gewandelt, aber jetzt erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Ohne den Voice-Chat hätten wir niemals Jäger gehört. Aber Battlefield fand ich das sehr früh, sehr nervig, weil da alle Ruhm geschrien haben. Ich komme nicht mal rein, ich habe noch keine Lucke gefunden zum Reinfahren. Das sind das KI-Gegner. Wir sind jetzt echte Terroristen, wie sie alle Kameras suchen. Ich fahre hier wieder raus. Stimmt ja, hier könnte man auch rein. Hier haben die Grabschauer. Ich wurde vorhin auch einmal verhört. Und, fandst du es toll? Das war auch hier auf der Karte. Ich hoffe, die gucken nicht gleich wieder raus. Bin ich von der einen Terrasse rein, dann kamen sie von hinten, also auch, ist mir quasi gefolgt schon. Bei der Garage dort, bei der Terrasse rein? Ich glaube, ich... Ach, hi, ich bin mit einer Kamera vorbeigerannt. Ich habe ganz was anderes vermutet. Du hast den Entschärfer. Packst du gerade was drauf? Nee. Der Hammer macht... Hammer macht sich hier ab. Ich deck mal die Tür hier ab. Ach, ich komme hier drunter. Wenn ihr schon alle unten seid. Ach, ich wollte fusen, das geht nicht. Ja, ich wurde entdeckt. Kamera, Auge, schwarz... Also, schwarzes Auge. Ich wollte jetzt aber auch nicht reinrennen. Wer... Hat der Temid... Wurde... Wurde Temid von uns umgebracht, oder? Wurde, ich habe mich jetzt nicht... Gesehen. Nein, nicht unbedingt, also... Minuspunkte... Hat jetzt keiner, oder... Der hat zu viele Pluspunkte gemacht, der letzte. Nee, nee, ist hier. Der eine hat der... Ach, stimmt, der hier. Eine Eliminierung, ja. Hat eine... Ach nee, der ist neu dazugekommen. Wurde ich gerade sagen. Der hat alle gestorben eben. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Na, muss ja, weil der hat null Tode. Ja. Die sind gerade durch die Tode gestorben. Ach, aber zwei Stockwerke wieder. Ich könnte aufmachen, mache ich auch. Bist du wieder der Westenmann? Kameras kommen schon rein im Erdgeschoss. Ich weiß mal wieder nicht, wo wir ein Verstärken sind. Scheiße. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Stehen die unter mir die beiden Kameras? Es bleiben noch zehn Sekunden. Nein. Hier fährt noch einer. Da. Ah, jetzt wird sie wieder raus. Ich muss noch zumachen. Oh, die Weste habe ich auch noch nicht. Oh, Mann. Ich brauche eine Weste. Äh, nicht wegschieben. Hau auf. Auch hier zumachen finde ich kacke. Nee, das ist doof. Aufmachen. Dann lieber hier zu. Ich gucke mal zum Ausgang. Erdgeschoss. Wie bei mir sah jetzt sich schon einer an. Wer kennt noch gar keinen von denen? Oh, die Kamera. Wo ist die denn an der Fahne? Da hinten ist was markiert. Ist direkt danach gestorben. Komm mal rein. Kommt noch einer. Schmiede einer raus bei denen. Hier haben sie hier beide hochgesagt. Oh, hier macht jemand Holz auf bei mir. Ist das einer von uns? Also ich habe nichts gehört. Über mir läuft was. Der Mieter ist unten. Ja, der, ähm. Kim Keller? Äh, er hat, nee. Er hat geschossen draußen, aber. Okay. Nur noch ein Gegner übrig. Hier macht schon wieder was auf. Ach, ist der da. Ich versuche es mal zu markieren. Zu finden, äh, ja. Aber da hat mal jemand anderes gefunden. Wollte gerade reinhüpfen, ja? Ja. Ja, und Tammy, der hat mich wohl gesehen, als er da ans Haus gerannt ist. Er ist dann wieder zurückgekommen und hat dann da versucht, mich zu treffen. Und dann habe ich ihn aber mehr getroffen. Musste aber ein paar Mal draufschießen auf ihn. Aber er ist nicht weggerannt. Er ist stehengebi. Was, sind die alle frisch im Spiel? Ja. Du wärst ja immer Schwarzbad. Immer. Nee, weiß nicht. Ich habe irgendwie gerade Lust drauf. Ich glaube, durch die letzten Terroristenjagden hier. Die aber nicht erfolgreich waren. Nee, der, der letzte ist auch schon wieder, der ist auch schon wieder neu. Ja, sind zwei bei denen gegangen, meine ich. Oder war es bloß einer? Nee, nee, bloß einer. Ihr müsst eure Drohne verwenden. Wir haben alle vier, haben zwei Tote. Erdgeschosses, oder ich? Oder Keller? Nee, Erdgeschosses, Erdgeschosses. Okay. Bin auf jeden Fall im Keller. Dann greife ich von unten an. Dann haben sie die gleiche Position wie wir, ne? Über zwei Stockwerke. Okay, die haben hier zwei Stockwerke, genau. Ja. Nicht anschießen. Oh, die Grabschfrau haben sie. Die haben die Grabschfrau, ja, aber die steht hier gerade rum. Ja, die guckt sich alles an. Ich kriege Punkte. Hallo, Kapkan. Ja, toll. Ich gehe wieder unter meinen Schreibtisch. Nee, der war hier gerade. Nicht, ich bin doch nett. Och, Mann. Ich werde euch alle angläsen. Die Kamera steht aber cool oben. Ach, scheiße. Ich bin Glas. Das ist keine Kamera. Was mit Glas? Dann Gläser mal. Über deinen Kopf hinweg. Auf die Kamera. Dann gehen die Klickern doch. Äh. Wo war die zweite? Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Alle Außenkameras kaputt. Ah, der Entschärfer muss, sonst weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich glaube, hier konnte man auf das Dach. Wo ist denn er rein? Das ist wie ein Keller ringt, oder was? Hm. Ach, die waren erdgeschossen. Erster Stock. Aber da bin ich jetzt zu weit weg. Ich wechsle im Magazine. Ich mache mir mal ein paar Fenster auf. Das ist schon irgendwie cool, Glas zu sein. Der hat schon was. Ich bin auf der falschen Seite. Ups. Das Gleis hat nicht viel Schuss. Entschärfer wurde zurückgeholt. Du lebst noch, ja. Ja, ich habe gerade den Entschärfer geholt. Hm, 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 hm. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ja, ja, richtig, ja. Mann. Okay, dann gehe ich jetzt auch mal rein, weil er noch zu zweit, da muss ich nicht draußen rumeiern. Vor allem, ich sehe denn auch nichts mehr, ey. Plötzlich ist auch logisch. Ich habe die Claymos dabei. Ey, nur noch einer vom eigenen Trupp. Also ein Entschärfer ist hier. Werke, wie die Kamera. Schießt! Was? Ja, habe ich noch. Er war bloß so ganz leicht am Arm zu sehen. Ich habe ihn voll gesehen. Ja, bei mir war es bloß der Arm. Deswegen habe ich noch gewartet, bis er ein Stück nach vorne ist. Dann hat er einen Schuss bekommen und das war wohl nicht ausreichend. Ich habe ihn ja gehört und ich habe die Waffe gesehen, aber ich wollte ein Gans sehen. Wieso ganz? Was bringt mir das, wenn ich bloß die Hand sehe? Vorschießen. Vielfeier. Da weiß er sofort, wo ich herkomme. Ja, ist doch egal. Der Einschuss, ich habe bloß einen Einschüsse. Deswegen muss der ja sitzen. Wenn er weiß, wo ich bin mit so einer Schnellfeuerwaffe, dann bin ich ja sofort am Arsch. Also ich meine jetzt nicht, dass ich langsam oder ihn nicht langsam reagiert habe oder nicht gesehen habe. Naja, du hättest, als die Waffe noch in die andere Richtung, die andere Seite geguckt hat, hättest du raus. Ich bin ja extra in die linke Ecke gegangen, damit ich ihn mehr sehe, aber... Sollte nicht sein. Schon wieder über zwei Ebenen. Mann. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt und verteidigt. Ich wurde entdeckt. Mach was draus. Dacheldraht wird eingesetzt. Veto, endlich vorbereitet. Achtet, wir haben eine Bombe. Ja. Hier muss noch zugemacht werden, Leute. Es bleiben zehn Sekunden. Im kleinen Haus ist niemand. Nur noch fünf Sekunden. Hier könnte auch mal jemand aufmachen. Du hast Westen geleckt? Ne, doch. Ja, doch. Unten. Soweit unten. Hast du das am Anfang gemacht? Ja. Da, wo ich gespawnt bin. Also auf der Treppe gespawnt und dann da in den Raum gleich. Hm. Ich suche nach Feinden. Ich will auch nach Feinden suchen. Ich hab was gefunden. Dann beim Petter. Ach, scheiße, Mann. Die hocken alle da hinten in der Ecke. Alter, was ist denn? Ich sehe nur Millimeter von ihm, Alter. Das kann doch nicht sein. Das kann es nicht sein, Alter. Genau. Er sieht so viel von mir. Richtig. Genau. Ey, das ist echt nicht mehr wahr. Ich scalle. Einer ist oben auf dem Dach. Okay, wie viele sind von uns oben? Jetzt ist mal einer. Bleibe ich unten. Einer geht in den Keller bei dir, ne? Ja. Hier mehr ist. Da ist wieder Erdgeschoss hier. Eben nicht mehr. Er ist noch da auf deiner Seite. Hm. Einer hängt noch draußen. Er ist tot. Äh, nicht so rum, Iron. Mann. Okay, wie kommen wir es denn? Gerade sehe ich keinen. Ach doch, der geht unten. Der geht bei B rein. Der geht bei B rein. Der ist bei B rein. Ja. Ach, hier ist zu. Na, hier kommt was. Treppe auch hoch. Wer macht denn da auch zu? Das ist total bekloppt. Ja, die haben da vorhin alles zugemacht, die Idioten. Die Wände, ja, aber doch nicht die Tür, wenn man da rein muss. Wenn da ein Fenster ist und das kann niemand, niemand von uns sein. Ist doch so beknackt. Mensch, Mensch, Mensch. Hey, dieser Ryder sitzt da oben rum, weißt du? Was ist denn das für ein Trottel? Dafür dürfen wir nochmal spielen. So wie es ausschaut. Was ist das? Ah, nee, ist ein Blatt. Doch, da ist einer. Wollte schon sagen, da ist doch was. Da, Kamera. Vor Augen. Ja, die steht bloß rum, Alter. Jetzt da drin. Es sind noch zwei, übrigens. Oh. Na, einer ist wieder raus, markiert. Halbe Zeit hat er noch. Ich markier mal weiter. Es geht auf seine... Letzter verbleibender Gegner. Mhm. Na, jetzt kaputt machen. Oh, das geht doch. Ja, der hat noch weitergefallen. Ich habe zwar letztens auch eine getroffen, aber... Er hatte noch alle Zeit der Welt, da guckt man sich eigentlich um. Aber, das sagt man so einfach. Ja, ich habe vorhin Flugzeug mit Frost gespielt und dann hat einer ein Schild aufgestellt. Und ich habe dahinter halt eine Matte gelegt. Ein Gegner springt drüber, aber nichts passiert. Hat er einen Weitsprung gemacht. Vielleicht war es auch eine Fee da. Und da sind die Matte getreten und sofort hochgesprungen. Und dann hat er so einen Spagatsprung gemacht, wie Sam Fischer. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Na, die Runde entscheidet. Jetzt mal gucken. Ich fahre in den Keller. Sobald ich kann. Ja, ich habe sie direkt neben mir. Ich weiß es schon. Hier ist ein Deutscher. Der Runde hat geschossen. Ach, Mann. Ich markiere vier. Aber die müssen beide auf Erdgeschoss zuhöhe sein. Stimmt, du kannst ja auch mit dem, oh, mit dem Westen, äh, mit der Twitch auch die Westen zerstören. Ich habe was. Oh. Ja. Geht es hier raus? Nein. Äh. Die sehen dich so oder so. Das rote Licht ist auffälliger als die schwarze Drohne. Auch wenn ich auf einem hellen Untergrund bin. Geh dich weg. Nee. Du musst nur das Punkte abstauben. Arsch. Erste Kamera kaputt. Oh, lauf doch mal, du dumpf Backe hier. Meine Fresse, ey. Stehen alle immer im Weg rum, ne? Vorsicht, die könnten hier aufmachen, wo ich gerade hingepingt habe. Ach, der ist gecastlet. Ja, aber nicht das Fenster hier. Zweite Außenkamera kaputt. Jetzt kümmern wir uns mal um. Geht mal raus, wir nach. Achtung, es geht los. Wieso hat denn der Termit da dran geparkt? Ja, weil der Termit nichts anderes kann, ne? Ja. Aber dann macht man das trotzdem. Ich zum Glück gehe das nicht, weil das ist unsinnig. Der könnte es ja abmachen und ich könnte darauf aschen, aber... Doch, doch. Nee, nimm weg, dann kriege ich Minuspunkte. Kannst du das abmachen? Nee. Ach, ich mache nochmal eine Sprengladung, auch wenn meine Füße dann zu sehen sind. Ach ja, jetzt... Mal gucken, ob es auf der linken Seite geht. Jo, auf der rechten ging es nicht. Auf der linken schon. Ich würde ja gerne wissen, ob hier in dem Raum einer drin ist. Ich habe meine Kamera. Moment, ich gucke mal. Ach, meine Kamera ist genau da drin. So, in dem Raum ist jemand direkt vor meiner Kamera. Weißt du noch, wo sie steht? Da ist die Luke. Da hockt ein Deutscher. Zu deiner rechten ist die Kamera. Da hockt er immer noch drin und verweilt er. Ich marke ihn mit Absicht nicht. Ich fahre mal hinter ihm vorbei und gucke, ob da nachher einer drin ist. Wieso springt er? So, jetzt nach rechts gucken. Der kommt ein Stück vor. Achtung. Jawoll. Schön. So, ich gucke, ob jemand kommt von Hauptgang aus. Ne, da ist Störsender. Entschärfer ist aktiviert. Beschützt ihn um jeden Fall. Das schafft man. Wir haben so gute Positionen. Du und ich hier. Du guckst den Langgang. Ich gucke hier die Ecke. Ja. Ah. Wollte was rüber. Der will den Verletzten erwischen. Du guckst auf die Bombe. Auf den Entschärfer, ne? Ja. Da kommt die Wand. Hab's. Achso, war der letzte. Nee, vorletzte. Ich habe den letzten doch umgebracht. So mies, dahinter den Reifen sieht ich keine Sau. Ich glaube, der andere war angeschossen, deswegen. Achso, hm, stimmt. Ja. Das kann sein. Das ist ein Verletzzug. Angeschossen. Das ist Blümchengewehr von Schwarzbad. Sieht auch aus. Was ist das denn da dran? Was? Das ist das wie Blümchen. Die Lackierung von der Waffe, ne? Ja. Mit Blümchen zum Erfolg. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss. Und jetzt. Vielen Dank.